Aus der Rubrik vielfange ich mal keine Fische in Nord-Norwegen. Unser neuster Test. Ein Räuberjig, ganz ohne Haken. Leider ist auch das nicht ganz erfolgreich, weil die Fische mittlerweile schon direkt fast in die Rote Einschätzung von 20cm unter der Oberfläche sind, wie ihr an den Videoaufnahmen sehen könnt. So ein Ding müssen wir uns nochmal besorgen. Hast du das gesehen? Das ist ja krass, Alter. Hast du das drauf? Ja, klar. Hast du das drauf? Ja, klar. Geil, Thomas, der ist aus dem Wasser raus, mit dem Maul, wie so ein Wal und hat ihn sich geschnappt, in voller Länge reingezogen. Schnell, der ist. Nichts, ich weiß. Leider ist. Begleitet. Untertitelung. Vielen Dank.